Hallo und herzlich willkommen bei TherapyTV. Heute haben wir eine Premiere, denn zum ersten Mal haben wir einen nicht musikalischen Gast und zwar einen Autor, Michael Nast. Herzlich willkommen. Guten Tag, das hat sich gereimt. Ein nicht musikalischer Gast, Autor, Michael Nast. Ich weiß, dass du da so ein bisschen Probleme damit hast, weil immer alle, das tut mir leid, ich wollte gar nicht reimen. Mein Problem ist, dass ich natürlich immer die Leute darauf anspreche sozusagen und das ist natürlich, dann wird es zum Running Gag sozusagen. Ja, jetzt habe ich ihn auch wieder abgeliefert, es tut mir leid. Du bist gerade aus dem Zug hier reingerannt, bist etwas gestresst. Was kann ich tun, damit es dir ein bisschen besser geht? Intelligente Fragen stellen, die mein Leben, deren Antworten mir dann auch viel mehr über mich selber dann sagen, dass ich noch total reflektiere. Und ein besserer Mensch bin ich nach diesem Gespräch. Ja, das kriegen wir hin. Du bist ja in Köpenick aufgewachsen, ne? Als Jugendlicher in Köpenick. Was geht da so? Was ging da so? Also wie hat man da gefeiert? Damals bin ich immer noch in eine Disco gegangen. Es gab so eine Disco, also das muss man sagen, das war in Ost-Berlin. Also real existierender Sozialismus. Und ich habe, und da gab es dann, wie gesagt, in der 9. Klasse, ich habe irgendwie schon mal letztens erzählt, in der 9. Klasse hatte ich mein bestes Zeugnis. Dann kam die Wände, dann ging es ganz rapide nach unten. Aber es lag auch ein bisschen daran, dass ich dann wirklich aus den Sommerfernen, aus der 9., also als ich dann in den 10. kam, da habe ich mir vorhin noch, jetzt mache ich das beste Zeugnis. Und dann sind wir am ersten Wochenende der Schule, sind wir in eine Disco gegangen. Und das war das ABC, der Arthur-Becker-Club. Und das war damals noch irgendwie von 18 bis 22 Uhr. Also im Helden noch schön hin. Und das ist ja so krass, wenn man so in seiner kleinen Schulwelt, da hat man dann irgendwie die Klasse, die Parallelklasse, die anderen interessieren einen, also frauenmäßig auch nicht so richtig. Und dann kam ich in diesen Laden rein und da hat sich eine neue Welt eröffnet. Und wenn man die Frauen heute sehen würde, oder wenn man die jetzt auch als junge Frau sehen würde, wäre das wahrscheinlich auch total schreckend, was man da so, aber es war halt so eine neue Welt. Und eigentlich habe ich da erst die Frauen so richtig für mich entdeckt. Und dann bin ich dann jedes Wochenende dahin gerannt. Kannst du dich noch an deinen ersten Stehblos erinnern? Ich kann mich an meinen ersten Pogo-Tanz erinnern. Und ich kann mich sogar an den ersten Song erinnern, den ich bewusst in dieser Disco wahrgenommen habe. Das war Step by Step von New Kids on the Block. Aber dazu hast du nicht gepogt? Nee, nee, da saßen wir cool hinten in der Ecke. Und gepogt haben wir zu ACDC Thunderstruck, war das genau. Aber ich habe dann immer erzählt später, dass es eigentlich Beastie Boys waren, weil es irgendwie ein bisschen cooler war, zu Beastie Boys vielleicht zu pogen als zu ACDC. Eltern wollen ja immer, dass man sowas Solides macht. Ist es so, dass sie dich trotzdem unterstützt haben und jetzt auch an dich glauben? Oder wie ist das so? Denken die, Michael, bleib doch irgendwie. Warum hast du deine Firma zugemacht? Nee, also ich habe meinen Eltern sozusagen bewiesen, also ich hatte ja zuerst so Grafikdesign. Also alles muss man auch dazu sagen, ich habe ja nie studiert. Ja, also alles, was ich gemacht habe, da war ich Autodidakt und habe immer sozusagen das Hobby zum Beruf gemacht. Und das war dann diese Grafiknummer und da war es dann so, die haben dann halt gesehen, was ich verdient habe plötzlich. Also gerade nachdem ich dann auch nach Köln gegangen bin und seitdem vertrauen die blind in meine Fische. Und jetzt ist natürlich auch ein unheimlicher Stolz da, was ich natürlich, mir sagen die mir nicht. Also das kriege ich immer noch so bei Dritte dann so mit, wie dann so erzählt wird. Aber es ist ja ganz süß, also meine Mutter, die sammelt ja jeden Artikel und die hat dann so Mappen sozusagen und da ist halt alles aufgeklebt. Und die ganze Zeitschrift, in der ich drin bin und so. Oh, das ist aber doch schön. Das ist ganz süß, ja. Aber ich glaube, das würden alle machen, alle Eltern machen, oder? Ja, also ich weiß nur, ich habe mit ein paar Musikern gesprochen und viele waren so, dass die Eltern erst mal sich Sorgen gemacht haben, weil sie sagten, mach doch was Richtiges. Also mit Musik kann man ja vielleicht auch nicht immer Geld verdienen und dann sind sie ein bisschen unsicher. Aber bei dir war es scheinbar... Naja, also ich habe sie letztens mal darauf angesprochen, dass ich, ich habe mich immer so ein bisschen wie das schwarze Schaf in der Familie gefühlt, aber das waren, glaube ich, eher so meine Anlagen damals, dass man sich da so fühlen wollte. Und sie haben, sagen heute, das war nie so. Ja, also sie haben da immer schon, also sie haben da schon eingegriffen, als sie mir dann diese Ausbildung zum Buchhändler dann irgendwie besorgt haben. Aber ich habe ihnen das dann halt auch bewiesen. Also ich habe ja auch nie so abgehangen oder so. Also ich habe ja irgendwie immer Geld verdient, so ja. Also und dann natürlich, dann kam dieser Sprung und jetzt ist es auch so, dass ich natürlich die Firma, wir haben die dann aufgelöst Anfang letzten Jahres, als das neue Buch kam. Und da fiel dann halt ja auch das Gehalt weg, das monatliche, ja. Und da haben die mich auch unterstützt und so und aber jetzt ist das ja, das hat drei, vier Jahre gedauert, ja. Und jetzt fängt es an sich richtig zu lohnen. Also jetzt macht es wirklich, jetzt ist es ja schon ganz schön krass geworden, ja. Also was ich so auch über dich gelesen habe, habe ich das Gefühl, dass du auch, du bist echt so ein Arbeitstier. Ist es so, dass du dir zu wenig Auszeit oder Freizeit gönnst? Mein Problem ist, glaube ich, ich bin zu nah dran, als dass ich es jetzt so empfinde. Aber wenn ich irgendwie mal auf Tour bin oder so oder wenn ich mit dem Zug irgendwie durch Baden-Württemberg fahre oder letztens fahre ich in Zürich, dann sage ich mir, ich glaube, es läuft bei mir immer so, ich sage mir mal, ich würde dann immer gerne mal einen Monat da leben. Um aber auch zu schreiben oder so, ja. Oder in Dresden oder so, ja. Also wohnen nicht, ich glaube, das würde man irgendwie, das wird dann irgendwann langweilig. Aber ich glaube, so zum Ausruhen sind es so schöne Städte. Und es wird langsam Zeit. Ich muss mal gucken. Aber ich verbinde dummerweise Urlaub jetzt immer doch immer nur mit Schreiburlaub. Dass ich mal die ganzen Alltagssachen mal ausblende und ich muss diesen Roman weiterschreiben. Und das hat sich natürlich durch den Erfolg seit April, habe ich den so ein bisschen liegen lassen. Und das ist ja so mein Herzensprojekt. Also dieser Roman, der soll im März dann erscheinen, 2017. Also ich dachte, am 15. Februar ist das nicht. Nee, das ist ja das Buch, das heißt dann Generationenbeziehungsunfähig, weil ich ja irgendwie mitgekriegt habe, offensichtlich scheint das viele zu betreffen, dieses Thema. Und habe dann sozusagen, das werden dann so Innensichten. Wie ist denn dein Publikum? Es ist, das werdet ihr vielleicht sehen, nee, es ist ein Publikum, um das mich andere beneiden. Ja? Ja, es sind, also, ja, also es gibt natürlich für ihn, weil glaube ich auch ein bisschen so, dass es natürlich ein relativ hoher Frauenanteil ist. Aha. Und es, ja, ja, was soll ich über mein Publikum sagen? Also ich würde mich freuen, wenn... Positiv. Ja, nee, es ist ja schon, ich meine, wir sind ja dann offensichtlich doch irgendwo auf einer Wellenlänge, wenn man sich dann so wiederfindet. Das ist ja auch so, bei diesen Texten werde ich ja auch oft gefragt, ja und wie und warum kommen so viele zu der Lesung? Und ich sage, ey, das Ding ist einfach, ich habe ja keinen Plan. Also ich sage ja nicht, ich schreibe jetzt so und so, damit die und die Leute sich darin wiederfinden oder so. Das passiert, ich kriege es ja auch nur über Feedback mit. Also ich spreche auch über meine Texte nicht als Autor, weil das immer nach hinten losgeht, wenn Autoren sich über ihre Texte äußern. Und, ähm, also ich gucke mir halt an, also der Blick von außen, ne? Und, ähm, da war zum Beispiel bei meinem letzten Buch, dieses aktuell, das ist das, die Woche kann das weg, habe ich ja auch nur aus meiner Singlezeit so erzählt. Und da kommen auch zwei, drei Sex oder ganz wenig Sexszenen vor, aber jetzt nicht so detailliert, sondern einfach so erwähnt. Und dann hat mir ein Kumpel, oder irgendwelche Frauen, die ich dann kennengelernt habe, Entschuldigung, ich kriege das Bier, da muss man auch ein bisschen aufstoßen. Ja, ja, du kannst dich ja komplett freien. Die haben dann irgendwie erzählt, ähm, ja, oder dachten, oh, mit wie vielen Frauen muss der Typ geschlafen haben und so. Und ich habe das überhaupt nicht so empfunden, ja. Also, weil das ja auch teilweise, auch, das ist ja ein längerer Zeitraum, und da greife ich ja auch auf Sachen zurück, die irgendwie zehn Jahre her sind, und da sind auch nur Dates oder so, ja, und da ist jetzt nichts passiert oder so. Also, es ist immer interessant, die Außenwirkung, also, Außenwirkung und Selbstwahrnehmung ist so eine riesen, also, das ist so eine riesen Diskrepanz, ja, also, da ist es mir lieber, aber, nee, es ist ja auch interessant, weil Texte verschieden gelesen werden können, ne, und, äh, was die Leute da irgendwie rausinterpretieren, ähm, ist teilweise auch skurril, ja, aber, aber es ist, ist schön. Aber, irgendwann, das ist natürlich ein total Kompliment, wenn Leute, ähm, dir das sagen, ja, also, dass, wenn die Leute dir sagen, das hat mich berührt, das ist irgendwie, da ist ja auch eine Intimität da, und es ist, glaube ich, und das, ich weiß nicht, ob es so viele Texte gibt, mit, äh, also, die Leute fühlen sich ja wirklich, äh, zu Hause in meinen Texten. Ich finde das sehr krass, weil du ja auch sehr ehrlich bist in deinen Texten, ne? Also, äh, 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 ist das nicht, das ist ja eine sehr intime Geschichte. Es ist ja auch so ein bisschen Therapie. Ja, ja, das sagt, genau. Genau, ähm, aber, ähm, also, im, als Nebeneffekt sozusagen, ähm, aber, weil ich halt, plötzlich, also, ich gucke ja dann auch auf mich rauf, sozusagen, wenn ich darüber schreibe, oder über Dinge schreibe, und, und an meiner Ansichten, oder wie ich dann lebe, und dann ist es wirklich schon krass. Also, da gewinne ich auch Einsichten über mich, sozusagen, ja? Und, ähm, da muss man halt was draus machen, oder nicht, sozusagen, ja? Aber, ähm... Schon mal eine Erkenntnis an. Genau. Und das ist ja der Anfang. Und das haben mir viele geschrieben, auch so, dass die Texte für sie auch so funktionieren, dass die halt, ähm, sie finden sich halt drin wieder, und beginnen dann danach, sich selbst zu reflektieren, sich selbst zu reflektieren, und nicht sich in Frage zu stellen, aber, ähm, schon dann über ihr Leben nachzudenken, ja? Und, und ob das so cool ist, ja? Oder ob man vielleicht irgendwo was ändern könnte. Und das ist, nur mal kurz zum Ratgeber, weil ich betone es ja immer wieder gern, ähm, also, wenn man jetzt diesen Anspruch hat, sich zu ändern, ist es besser, sich in solchen Texten, oder in Romanen, oder in Melletristik, ähm, sozusagen, ähm, dass man das irgendwie reflektiert, äh, als wenn ein Ratgeber sagt, pass auf, so musst du es machen, dann bist du glücklich. Und das ist Quatsch. Und das macht auch keiner. Das sind wie diese Sprüche, in, ähm, die bei Facebook da immer gepostet werden, ähm, da sagen wir alle, hm, stimmt. Jaja, das ist totaler Quatsch. Das ist jeden, jeden Tag irgendwie KPD und, äh, nütze den Tag und du hast nur ein Leben. Aber das baut auch einen unglaublichen Druck auf, ne? Ich meine, du kannst ja nicht jeden Tag leben, als wärst du dein Letzter. Stimmt. Und wenn du jeden Tag leben würdest, als wärst du dein Letzter, dann hätten wir hier eigentlich Anarchie, würde ich sagen, ne? Aber wir sind ja in Deutschland, wir sind ja alle sehr deutsch. Bist du jemand, der sehr verkopft ist, weil du, du reflektierst ja sehr viel. Ist das manchmal ein Ding, wo du sagst, ich würde gerne nicht immer so viel nachdenken, sondern einfach machen? Ich hatte eine sehr analytische Ex-Freundin und, äh, die hat, ähm, die hat mal einen sehr wahren Satz gesagt, sie hat gesagt, alles, was du für, für deine Arbeit, fürs Schreiben, was gut für deine Arbeit, fürs Schreiben ist, dieses, diese extreme Beobachtungsgabe, diese, ähm, dieses Verkopfte, das ist alles, kill, also ist nicht, für eine Beziehung ist das nicht gut. Zwischenmenschliches, das ist schon mein Thema, aber nicht nur auf Liebesbeziehungen anwendbar, sondern wirklich auf, also, was auch jetzt die Gesellschaft oder diese ganzen technischen Möglichkeiten aus uns machen oder wie wir eigentlich total, naja, degeneriert, das ist ja das richtige Wort, wir sind ja völlig degeneriert. Ja, du hast ein großes Thema, das ist ja die Selbstdarstellung und jetzt, wo, wo auch so ein Erfolg, jetzt gerade durch diese Geschichte im April, äh, passiert ist, ähm, ist es nicht auch so, dass du jetzt, musst auch ein bisschen mehr in die Selbstdarstellung gehen und das ist ja das, ne? Als eben Job ist, das ist natürlich eine enorme Selbstdarstellung, ist ja eine Selbstinszenierung, jedes, ähm, meine Website oder jedes Foto, also bei Instagram, die ganzen Teenies, die gucken sich ja alle an, wie, also, die stellen sich da, als wären sie irgendwelche Popstars. Das ist alles, da träumen die alle von. Und darum hat zum Beispiel, in Theorie von einer Freundin, diese Bonnie Strange zum Beispiel, so ein Erfolg, ähm, weil die jetzt auch nicht so den Glamour hat, ja, aber die hat halt diese Ausstrahlung, die sagt den ganzen Mädels, wenn die es schafft, könnte ich es auch schaffen. Das ist eine coole, ähm, und sie ist sozusagen meine Chance, die ich noch habe, sozusagen. So eine Projektionsfläche. Genau, genau. Also ich könnte auch, wenn sie, weil sie kann ja auch. Ich hatte so ein Gespräch gehört, wo du mit Domian irgendwie gefatscht hast und er hat über so Tics gesprochen und du hast gesagt, dass du sehr viel Selbstgespräche führst. Ja, ja, das ist halt durch die Arbeit, ne, also wenn man schreibt, ist es halt ein einsamer Job. Und mit der Zeit, und ich mache auch noch Homeoffice, also es ist ja teilweise so, ich sehe ja teilweise fünf Tage keine Leute, außer meinen Sparladen da unten im Haus, der sich dann, bei dem ich mir dann irgendwie was zu essen kaufe, ähm, und da hört man dann auch bei der Bestellung dann das erste Mal seine Stimme am Tag. Ne, das ist ja jetzt vorbei, das war, gab diese Zeit. Aber dann kommst du über die Zeit, über die Monate, fängst du an, du kommentierst. Also es ist auch so, dass ich, ähm, eigentlich ist es ein Kommentieren. Es ist eigentlich das, was ich in meinen Texten mache, nur dass ich es verbal mache. Ähm, auch wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern war letztens und dann lief irgendwie der Fernseher, oder wir haben irgendwas hier sehen im Fernsehen. Das habe ich gehört, dass du immer so, wenn Fernsehen läuft, kommentierst du immer alles. Genau. Und, aber, und, aber das ist interessant, das ist ganz interessant, weil meine, meine Mutter meinte dann so, ähm, also was du mal siehst, das würde mir gar nicht auffallen. Also ich kommentiere ja immer so ein bisschen sarkastisch, muss man so sagen. Und das sind die Formate, die meine Eltern sehen, die, die, ähm, die kann man auch ganz gut sarkastisch sozusagen, äh, bäh, bäh, bäh. Also, ja, weiß ich nicht, so hier ab vier oder sowas, also diese, diese, so eine Sachen. Das sind alte Rentner auch schon, ne? Hast du denn noch andere, so, Spleens oder Ticks? Ähm, ja, ich bin total harmoniesüchtig. Und, ähm, ja. Das kann manchmal schwierig sein, das stimmt. Ja, das war in meiner letzten Beziehung sehr schwierig. Ja, aber da kann meine Ex-Molle wahrscheinlich viel mehr dazu erzählen als ich. Die muss ich dann auch mal einladen. Das ist dann nochmal eine Paartherapie, so eine Nachbearbeitung. Naja, nee, 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 nee. Was du mir auch erwähnt hast, war ja, dass, ähm, wenn man Single ist, dass dann aber wichtig ist, äh, Freundschaften zu haben. Und du, ich hab das Gefühl, dass du so ganz dicke Männerfreundschaften hast. Also, mit Friederik Lau ist auch, glaub ich, ein ganz enger Kumpel von dir. Wie wichtig sind dir diese Männerfreundschaften oder, also, wie viel Halt geben dir diese Personen? Ja, es ist, ähm, pff, also, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt gerade in einer Phase, in der ich auch gerade auch mir selber sagen muss, dass ich das alles so ziemlich vernachlässige gerade. Und ich muss mich da wieder mal wieder ein bisschen, ähm, also, das ist auch so, man muss jetzt auch sagen, also, Freddy, Friederik ist zum Beispiel so, der ist halt auch ein Schauspieler, der auch sehr viel arbeitet. Und bei ihm ist es auch so, den sehe ich da mal, oder kann auch sein, dass wir mal drei Monate nicht telefonieren. Dann treffen wir uns mal und das dauert dann, dann sitzen wir da neun Stunden irgendwo rum und, ähm, trinke ein Bierchen, also zwei oder so. Und, ähm, dann, ähm, wird erstmal nochmal alles aufgearbeitet, sozusagen. Und das ist, das ist, das ist schon cool. Aber, ähm, ich muss mich auf jeden Fall mal ein bisschen mehr wieder um meine Leute kümmern, habe ich festgestellt. Ja, ich werde, ich werde das jetzt auch ab, leider abschließen müssen, weil du gleich auf die Bühne musst. Ähm, ich würde sagen, abschließend, äh, dass du dir mal ein bisschen Auszeit und Urlaub gönnst, würde ich jetzt mal so zusammenfassend sagen, ja, finde ich sehr wichtig und vielleicht im Rahmen dessen auch sich wieder ein bisschen um deine sozialen Kontakte und deine Freundschaften kümmerst. Genau, denn ich führe gerade mal wieder so ein Parallelleben. Einen Monat November habe ich mir jetzt, äh, gesagt, das mache ich. Ja, das, das kann ich auch zulassen, einen Monat, also jetzt als deine Therapeutin in diesem Fall, würde ich sagen, einen Monat ziehst du noch durch. Ich freue mich auch gleich auf die Lesung, aber dann kleine Auszeit. Ja, ich muss da gar nicht so viel, also jetzt kommen die beiden, diese, diese paar Termine und dann, das sind ja auch diese drei hintereinander, das ist ein bisschen anstrengend, weil ich habe auch immer gesagt, jetzt bin ich jetzt erstmal in Hamburg, jetzt will man mal mit ein paar Leuten auch quatschen und so, aber ich muss extrem diszipliniert sein, weil ich, ähm, ja morgen in Berlin lese. Ja. Und dann in Leipzig. Und, und Leipzig hätte ich gesagt, okay, da hätte ich vielleicht doch noch was machen können, aber da muss ich am nächsten Tag schon wieder in Berlin irgendwie ein Meeting, irgendwie, so, was ganz Wichtiges. Und dann fliege ich am Samstag früh um 8 Uhr nach München zu diesem Shooting, also. Sehr hektisch gerade, aber wie gesagt, also wenn, du kannst auch gerne, ne, wir können auch eine zweite Session machen und da können wir einen Zwischenstand und dann gucken wir mal, wie es dir dann geht. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg heute Abend. Dankeschön. Stress dich nicht zu sehr, du bist sehr angespannt. Ja, naja, das hat ja auch seine Gründe. Viel zu, äh, ja, das waren, die letzten beiden Tage waren auf jeden Fall sehr straff. Du hast auch das, finde ich toll, du hast das gemacht, was deine Leidenschaft ist und es funktioniert. Ja, das stimmt. Kann ich allen Leuten nur raten. Dann machen wir mal die Schlagersänger-Autogrammkarten-Geste, oder?